Es ist schön, wieder da zu sein im Ars Electronica Center in Linz und ich muss sagen, ich habe auch etwas Kleines vorbereitet, ein bisschen was geplant drinnen im Deep Space. Also, let's go! Wow! Okay, so schaut das also aus. Ich muss sagen, ich bin echt ein bisschen aufgeregt auch, weil genauso wie ihr das Projekt auch gleich zum ersten Mal da im Deep Space auf der großen 16x9 Meter langen Leinwand sehen darf. Und ja, dabei handelt es sich eigentlich um ein Projekt, das ich eh schon vor eineinhalb Jahren mit einem Studienkollegen von mir, Philipp Habring, gemeinsam gemacht habe. Und wir sind da ins Deep Space hergekommen und waren in total spontaner Absicht. Und haben letztendlich eine Repräsentation über diese Faszination des Deep Space gedreht. Es ist eigentlich ein Video im Deep Space über den Deep Space. Also, deeper kann es fast nicht sein. Ich bin jetzt schon gespannt. Schau mal eine. Yo, eigentlich geht es hier nur um die Kunst, die Technologie und die Gesellschaft, oder? Ja, es sind die drei Faktoren. So kann es funktionieren. So kann es funktionieren. Lasst euch inspirieren. Ich muss heute leider jeden einzelnen von euch entführen. Wir tauchen ein in die Tiefen des Deep Space. Das ist 8K und kehr nie wieder zurück. Es wird nie wieder, wie es war noch. Deep Space ist die Hauptattraktion. Mit der unglaublichen Technik bist du plötzlich auf den Mond. Und ja, ich weiß, wir sind einiges gewohnt. Aber IMAX und Kino wurden vom Deep Space entthrunt. 16x9 Meter Wandprojektionen. Diese Länge, dieser Raum und die Qualität im Thron. All das rückt die Kinos in den Hintergrund. Kritiker jammern und verdammen noch den Sinn dieser Kunst. Denn die Ausscheidekraft dieser Werke ist gefährlich. Seit 1986 gibt's das Festival schon jährlich. Unmittelbar dabei, in kürzester Distanz. Mit Laser-Tracking kannst du sogar mit dem Bild tanzen. Die Gestensteuerung lässt dich im Bild bewegen. Und das Future Lab steuert dieser Challenge gern entgegen. Wir zählen 8 Projektoren, jeweils 4K-Qualität. Kann man nur verstehen, wenn man es erlebt. Sich neu zu orientieren ist die Intention. Die konvergenten Techniken sind meine Profession. Deswegen check ich mir ein Ticket und bin weg. Ich bin gespannt, wen ich heute noch im Deep Space entdeck. Jau. Vielleicht ein bisschen zu deep das Ganze. Ich bin Dank. Vielen Dank. Okay. Asst. 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 O. Asst. o. Vielen Dank.